Moins und Leute, hier ist Tozo61 und es ist hier wieder mal ein kleines Infovideo zu der weiteren Planung. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich sowohl Pokémon als auch Tomb Raider in den letzten Tagen, was heißt in den letzten Tagen, vor letzter Woche oder so war das, abgeschlossen habe. Und die weitere Planung sieht so aus, dass ich jetzt zu den weiteren Projekten, also zu den Advanced-Projekten, jeweils ein Video, ein normales, ein normales Spiel, was soll, heißt da schon, ein anderes Spiel zuordnen. Und die Paarungen sehen folgendermaßen aus. Auto. Viele Autos. Meine Mutter hat Setze aufgelassen, okay. Ähm, ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Die Paarungen sehen folgendermaßen aus, dass ich, ähm, PMD, also Pokémon Mystery Dungeon, zusammen mit Hellgate London auf, ähm, legen werde. Die zweite Sache wäre Shaman King in Verbindung mit... Da draußen klappert irgendwas. Ähm, in Verbindung mit Dungeon Siege, dem ersten. Und, ähm, Final Fantasy in Verbindung mit Dungeon Siege, weil es recht lange geht. Und zur Not noch Madagaskar, das Spiel zum Film. Ja. So sehen die Planungen aus, äh, so sieht die Planungen aus, vielmehr. Und ich hoffe, dass ich das alles so umgesetzt kriege. Äh, die Skyrim-Videos kommen zwischendurch genau dann, wenn meine Internetleitung es packt, beziehungsweise wenn ich Bock habe, Skyrim hochzuladen. Ähm, ansonsten zwifteln wir im Moment an einem... Also ich und ein Kollege an einem anderen Kanal herum, nennt sich GenJoneification, also G-E-N und dann J-O-H-N und dann E-F-I-C-A-T-I-C-I-N. Ähm, ist eigentlich, ja, so ein Partnerkanal, ich werde den wahrscheinlich auch unten verlinken. Da machen wir Togethers, beziehungsweise er macht da auch Zorro-LPs. Und, ja, ansonsten könnt ihr da einfach mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Viel League of Legends im Moment. Ähm, ja. Das war eigentlich schon alles, was ich euch mitteilen wollte. Die Planungen habe ich erzählt. Partnerkanal habe ich auch erwähnt. Gut, dann denke ich, war es das auch schon wieder. Nach 2 Minuten 40 sollte man das eigentlich auch erwarten. Wie gesagt, kurze Info. Und, ähm, man sieht sich dann demnächst. Bis dahin.